Es scheint, der Himmel hat sich auch geklärt und wir können das Lokal verlassen. Ich hoffe, dass die Nacht mild ist und Sie heil und gesund nach Hause kommen. Wir hoffen, dass wir mal wieder den klaren Friedenshimmel über unsere Heimat erleben können. Meine Damen und Herren, gute Nacht. Meine Damen und Herren, gute Nacht. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, gute Nacht. Meine Damen und Herren. Unsere beiden Schatten sah wie eine Haus, dass wir so lieb uns hatten. Und alle Leute sollen es sehen, dass wir bei der Laterne stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020